Die Konstruktion des Einsatzes Dynamic ist durch das spezielle Stahlblech Korten mit einer verstärkten Riffelung versehen. Deshalb ist der Einsatz dazu imstande, der alltäglichen Belastung standzuhalten. Das hintere Holzauflegen erhöht den Auflegekomfort und dadurch auch den Nutzwert des Einsatzes. Um ein möglichst geringes Durchdringen von Wärme in den Raum zu gewährleisten, ist die Türe mit einer dreifachen Verglasung ausgestattet. Das Glas ist so elegant und geschmackvoll bedruckt, dass es auch zu den modernsten Gebäuden passt. Die Brennkammer, die mit Schamottsteinen ausgelegt ist, garantiert, dass die Kammer über einen langen Nutzungszeitraum hinweg in einem ausgezeichneten Zustand bleibt. Dank der sehr engen Feuerung erhalten Sie eine optimale Wärmeleistung für moderne Gebäude. Um die Bedienung des Kamineinsatzes zu vereinfachen, wird die Brennluft lediglich durch ein Bedienungselement aus Edelstahl gesteuert. Die Füße der Kamineinsätze HEAT können bis zu einer Höhe von 80 Millimetern herausgeschraubt werden. Dank dieser Eigenschaft ist es möglich, verschiedene Unebenheiten der Unterlage auszugleichen. Alle Kamineinsätze Dynamic sind mit einer zentralen Luftzufuhr versehen, über die die primäre Luft, die Brennluft, in den Kamineinsatz fließt und die sekundäre das Türglas reinigt, damit es stets sauber bleibt. Für eine perfekte Zirkulation der Abgase wird in allen HEAT-Modellen das patentierte System Double Spin verwendet, dessen Ergebnis maximale Ökologie und eine reine Verbrennung ist. Die mit einem Laser exakt ausgeschnittenen Teile, die robotergleiche Genauigkeit der Schweißung sowie die präzise Montage der einzelnen Teile garantieren dem Kunden einen langfristigen und problemlosen Betrieb der Kamineinsätze Dynamic. Dank des hinteren Holzauflegens entdecken Sie eine völlig neue Dimension der Kamineinsätze Romotop. Einfach eine perfekte Lösung für Ihr Haus. Weitere Informationen finden Sie unter www.romotop.com oder bei unseren autorisierten Verkäufern.